Was auch noch diskutiert worden ist, wieder einmal mehr Zweitwohnungen. Ich weiss, das haben wir ja schon viel diskutiert und der Rat hat es noch mehr diskutiert als wir. Aber das Mal konnten sie endlich einen Gesetzestext schreiben, den sie alle dann angenommen haben. Er ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Michael, du hast den Text da. Ja, ich lese ihn schnell vor. Der Gesetzestext zum Zweitwohnungsumsetz. Er stellt der Betrieb sowohl Wohnungen nach Absatz 1 wie auch solche nach Absatz 2. So wird der Höchstanteil von 33% reduziert, um den Wert, der sich daraus ergibt, dass der Quotient aus der Fläche der Wohnungen nach Absatz 1 und der Summe der Flächen der Wohnungen nach den Absätzen 1 und 2 mit 13 multipliziert wird. Dann check ich mich mal wiederhole gerade. Also, hey, unser Gesetz, das braucht ja wirklich. Und das Gute daran ist, also wo es, ich meine, viele Nationalräte sind ja gefragt worden, ob sie ihnen den Text erklären können und sie sind wirklich nicht daraus gekommen, weder die Befürworter noch Gegner. Aber wir haben die Lösung. Wir haben die Lösung. Es ist ja so, dass man den Text muss auf Band aufnehmen und nachher dann das Band muss retourlaufen. Und dann versteht man, was gemeint ist. Allerdings gehört man da, das Betreten der Blumenrabatten vor dem Bundeshaus ist strengstes untersagt. Ja. Ein tolles neues Gesetz, oder? Das wir alle verstehen. Ja. Das wir sehen. Das wir sehen. Das wir sehen.